In diesem Video werden über 50 Millionen Coins descartet. Freunde, maximalster Bruch, was es gibt. Gesichtsausdrücke, die kurz vorm Heulen sind. Also es gibt wirklich alles. Boah, ich will euch nicht viel spoilern. Ihr habt wahrscheinlich schon eure Videos gesehen. Aber trotzdem seht ihr auch mal alles in einem Zusammenschnitt. Lasst mir auch immer gerne dafür schon ein Like, ein Abo da. 2000 Dikes sind das Ziel. Und wir sind nicht mehr lange vor dem 50k. Deswegen würdest du mich auch sehr supporten. Momentan loggt auch ein Gewinnspiel gerade auf meinem Kanal. Deswegen kommentiert einfach gerne ein Like, abonniert. Und ja, Zusammenschnitt gegen SVBs vs. Prongs, Heisen, Jeng, Fredrick, Ebru, Faro. Was auch immer. Ihr seht auf jeden Fall alles. Ich will euch viel sagen. Viel Spaß mit dem Video. Ich mache es so. Vielleicht geht es auf. Ich nehme von überall ein. Und dann wird mindestens ein Krasser dabei sein. Vielleicht labere ich gerade noch komplett scheiße. Das ist auf jeden Fall die Theorie, die ich mir gerade überlegt habe. Ich hatte ja ein bisschen Zeit, bis du ihn gestellt hast. Ich nehme linke Stürmer, linke Zeit, der am Linksverteidiger. Da haben wir überall was. Boah, Digga. Ich muss es kurz realisieren, weil wir bei mir Theo war auf der Bank. Ich sage dir so, Prediction-mäßig. Denkst du, du hast was Teures getroffen? Was sehr Teures? Prediction ist, dass ein, der drei Millionen kostet. Mindestens. Vielleicht auch ein, der eine Mio kostet. Und ein, der nicht geil ist in irgendeiner Dreierreihe. Das wäre meine Prediction. Du hast getroffen Tomori Wildcard. 450k. Mesli, 50k. Also schon mal, sagen wir mal 500k. Und dann hast du Ibrahimovic, 4 Millionen. Boah, das ist sogar gleich der Teuerste im Team. Boah, dann ist meine, warte mal. Wo war Ibra? Linker Stürmer. Waren alle drei Stürmer krass? Nein, Stürmer, also nur Ibra war krass. Sonst war der Bronzespieler Isaac. Wo du links gesagt hast, bin ich fast gestorben, weil linker Infanteilger war Hullit. Aber die Theorie, dass alle gut nebeneinander standen, das war schon richtig, außer im Sturm. Ah, okay. Ja gut, crazy. Also 4 Millionen irgendwas. 4,5 Millionen sind weg, ja. Boah. Aber egal, wir müssen da durch. Ich würde sagen, Jungs, wir müssen uns bei der SPC. So Freunde, wir hatten auf jeden Fall hier Ibrahimovic, Tomorin und Mesli, 4,5 Millionen Münzen. Ist weg. Ja. Ist weg. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt M-O-M-A-X-Pier. Hier bekommt ihr die günstigsten und sichersten FIFA-Coins mit dem Code ENSER nochmal 5% Rabatt. Also gönnt euch erster Link in der Videobeschreibung. Wir gehen auf die rechte Seite, Bro. Es gibt da den Rechtsverteidiger. Es gibt aber auch den rechten Flügel. Welchen soll ich nehmen? Ich nehme den rechten Flügel. Ist es wieder still, weil er lacht, oder ist es wieder... Was ist das hier wieder? Es ist wieder... Ich höre nichts. Es ist wieder still. Ich höre Stuhlbewegung. Es könnte diesmal ein Kracher sein. Oder du hast mich gefickt. Du hast mich gefickt. Ja. Was habe ich getroffen? Zwei Millionen Kreuz Kreuf. Warte, warte. Dieser mit Kreuf, oder was? Mh, Base-Kreuf. Zwei Millionen Münzen. Oh mein Gott. Tja, Digga. Ich habe es sogar noch gesagt. Ich zahle dir das Gleiche zurück. Oh mein Gott. Du bist so ein Lauch, ne? Ich habe dich so auseinandergenommen. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Das ist so geil, ne? Gib den in der SBC ab. Du wirst ihn nie wieder sehen. Kreuf ist weg. Er ist einfach weg, oder? Freut mich. Es ist super. Es ist super. Ich würde sagen, Bro. Zum einen nehme ich deinen rechten Innenverteidiger. Zum zweiten nehme ich deinen LV. Und ich glaube, ich nehme heute was aus der Mitte. Den linken oder rechten linken zentralen Mittelfeldspieler. Bist du gebrochen? Hab ich was getroffen? Er sagt gar nichts. Ich schaue auf meine Mutter. Ich schaue auf meine Mutter. Das ist das zweite Mal, ne? Beim Metsl-SUB. Hast du statt rechtverteidiger linken Verteidiger gesagt. Er hat das R9 getroffen. Der R9 linker ZM. Äh, linker Mittelfeldspieler. Oh mein Gott. Ich dachte gleich, ich habe ihn getroffen. Warte, 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 ja. Du hast Terrier getroffen. Minisverteidiger. Ja. Muske und Gerd Müller auf der Seite. Gerd Müller Prime. 500k, oder? 600k. 600k oder 700k. Oh mein Gott. Terrier und den Bonsenspieler kannst du hier nicht abgeben. Okay, das ist weg. Ist einfach reingeschoben, ist weg. Ich glaube wirklich, dass du so dreist geblieben bist. Und dass du einfach nicht umgestellt hast. Und ich glaube, der Ronaldo war, ich glaube, rechter Störber. Deswegen gehe ich mit dem rechten Störber. Rechter Störber. Du hast mich in diesem Video auseinandergenommen. Warum? Bruder, das ist das erste und letzte Mal mit der SPW. Zack, eins war dann Ronaldo. Bruder, ich habe Ronaldo stehen lassen. Ich lasse das. Ja, das ist total. Ein Discard. Ein Discard. Ja, ist weg, Bro. Ich würde zu wenigen. Scheiße. Tradable. Egal, Ronaldo. Bro, FIFA will nicht. FIFA will nicht, Bruder. Steht ganz okay, ist weg. Scheiße. Okay, komm. Es geht los. Ich fang an. Ich mach erst mal. Ich mach erst mal auf den. Ich mach Torwart einmal. Man weiß nie. Und vier, zwei, vier. Ich nehme noch den linken Finger. Ich will weinen, die Schwester. Es sind trotzdem, glaube ich, so 700.000 Menschen oder so. Aber, ey, besser als 20 Millionen zu diskaten. Du hast getroffen, Theo Hernandez ein Gott. Und Sacher, Schilfschifter. Sacher und Theo sind weg. Bis ab, wie wir. Ich discarde für euch einmal den, das habe ich lange nicht mehr genommen. Einmal Torwart. Okay. Nehmen wir linker IV. Und linker, äh, Mittelfeld. Du hast getroffen. Oh, zu kurz sind wir. Guck mal, ich sag mal so, du hast nicht Eusebio oder Toril getroffen. Da bin ich schon auf jeden Fall erleichtert. Du hast getroffen Puyol, Ersu, den Bronze-Spieler. Aber Carville for Fantasy, der kostet 700.000. Boah, ich wusste, ich trage einen Bronze, Leute. Alter, haha, ja, okay, 700.000 ist ab. Mit Puyol hast du 800k getroffen. Und, das wäre wieder, wie ich bezahlt habe. Ich kann gar nicht mehr reden, mir geht es gar nicht gut. Äh, 4 Millionen Ginola, 400k Cap de Villa, 230k Turan, 275k Rüdiger und beim Basten 98k. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner, aber es hört sich nach über 5 Millionen auf jeden Fall. Naja, 5 Millionen, genau, glaube ich, so was man hat. Ich glaube, genau 5 Millionen. Warte, ehrlich, also, jetzt muss über 7777 Likes auf jeden Fall, ich glaube, das Format nicht nochmal, das Format darf schon. 15.000, 15.000. Sag's. R, F, V. R, F oder L, V. R, V. Oh nein. Oh, dear. Durchs Elfmeter schießen. Und in der 90. noch ein Tor kassiert. Oh nein, Dino, das auch, ey. 50 Millionen sind wir gekommen. Wieder rein, Jopar, Cordova, 400k, die Natale 800k, der hat 300k. Das war ein Token, aber kann man als Normalpreis zählen. Wir sind auf jeden Fall bei 2 Millionen oder 3 Millionen plus, ich weiß gar nicht genau, wie viel. Ich gebe jetzt einfach bei der SBC ab und wir sehen uns gleich. So, Freunde, wir sind beim Discard angekommen. Ihr seht das ganze Team. Tut auf jeden Fall weh, ich sag mal so. Martinelli, die Natale, Cordova, Vieira und so tun weh. Die anderen gehen fit. Aber, ja, man kann man nicht sagen. Ich habe abgegeben. Alles weg. Ja, dein ganzes Team, das ist gerade erst schon Dachschadenformat, ehrlich. R9 oder so sein. Komm, ich mache schnell. Ich nehme, ich nehme, Link ist mit der Foto. Ich glaube, es tut weh, aber ich muss mich freuen, Bro. Oh mein Gott. Es ist trotzdem hart, aber du hast keinen R9 getroffen, du hast keinen Namer getroffen. Kein Van Dijk, kein Benny Hinn. Aber mein Varan, ich habe 1,4 Millionen für den bezahlt. Also es ist trotzdem hart. Ist schon viel wert, aber jetzt. Wobei, du hast auch 3 Bronx und ja, schon. Ist okay. Abgegeben. Gut, lass den Portal, wir sind raus, da rein. Ciao. Nehmen wir. Keine Ahnung. Rechter, Innenverteidiger. Ahem. Okay. So sicher. Warte, ich nehme doch einen anderen. Ich nehme den rechten Innenverteidiger. Okay, okay, okay. Wir haben, warte, warte, warte. Wir haben was von den Offensiven anscheinend. Einen von deinen Mittelfeld- oder Angreifern. Ich kann das nicht mehr. Ich sage doch und ehrlich. Ich habe sowas nicht erlebt. Brasilien? In der Tal? Guck mal, ich habe dir einen Tipp. Du hast einen von den Offensiven getroffen. Okay. Du hast zwischen Eusebio... Du hast... Scheiße drauf. Ich war auch sprachlos gerade, als du es gesagt hast. Aber er war auf meiner Seite auch ruhig. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. R9-Worldcard? Diese Karte, die hätte sogar ich selber gerne. Irgendwann, guck mal, wir haben fast ähnliche Schüsse. Aber ihr gebt nichts rein bei mir alles. Ich habe noch nie so ein Spiel gehabt, Digga. Aber GG's... Ich will eigentlich gar nicht GG's sagen, weil du hast eigentlich gespielt und ich habe eigentlich echt... Ja, war crazy eben. Jetzt muss ich alle reinnehmen. Mbappé in Roadshed hat 1500 Spiele online. Scheiß, man, wie viel kostet. Ich packe dieses Team jetzt in SBC rein und wir sehen uns gleich. Ey, Freunde. Lasst auch irgendwann dafür ein Like, ein Mitleid. Ich will 5000 Likes sehen. Also wirklich, es ist Bluch. Die 90 Minuten SCBs, 80 Minuten SCBs, das noch. Ich meine, Buffon war so geil. Jetzt ist die Karte, weil ich kann die nie mehr im Leben spielen. Mbappé in Roadshed, Vieira. Ah, Junge. Okay, ich nehme Verteidigung. Spoiler mal, ist da was Gutes? Ich habe eh meine Position schon im Kopf. Ich schwöre, ich nehme die Position, egal was du jetzt sagst. Du nimmst die Verteidigung. Ja. Ist da was Gutes dabei? Soll ich dir sagen, wer dabei ist? Sag mal, wer dabei ist. Ronaldo, Bronze-Spieler und Zidane. Okay, Zidane und Ronaldo. Ich nehme den rechten, ich nehme den linken Verteidiger. Oh mein Gott, was? Es ist still. Was? Habe ich Ronaldos? Habe ich Ronaldo? Du sagst, ich nehme deinen rechten, rechter Innenverteidiger hat es ja sieben. Nein. Mittlerer Innenverteidiger war der Bronze, linker Innenverteidiger war Zidane. Trotzdem 900.000 Münzen. Oh, ich dachte jetzt, ich habe nichts getroffen, aber okay, Zidane, immerhin. Zidane getroffen, es tut zwar weh. Gib Zidane ab, ich gönne dir das, dass du Ronaldo behalten darfst. Ich bin ja nicht so... Ronaldo ist weg, ist weg, ist weg. Zidane ist weg? Ja, Ronaldo ist weg, Zidane ist weg, ja. Ensa, hast du umgestellt, Bro? Ich habe umgestellt, ja. Okay, komm, wir haben lange nicht mehr miteinander aufgenommen. Ich glaube, schon ein, ein paar Monate her. Den nehme ich denn? Ich nehme einmal deinen... Linkenflügel. Weil du dich hingelassen hast. Und dann so quer rüber. Ich spiegel. Rechter Verteidiger. Hallo? Hallo? Ich glaube, alles ist so frech, ne? Also leise und frech sein ist immer wichtig. Das könnte so etwas Dickes sein. Ich fand den ganz so gut. Ich habe 20-0 geholt. Linkenflügel. Also linkenflügel über Mario Rui. Ja. Also es nicht stehen lassen. Nee. Rechter Verteidiger ist Rafael, ja. Oh, den in Rot. Ey, Jungs. Ich habe, nee, mal Rot auch diskate letztens. Ich weiß ganz genau, wie du fühlst, buddy. Ja, okay. Ich habe abgegeben. Ich war nicht dahinter hauen oder ich lasse, ich lasse es dann, okay? Nur damit du ein bisschen zittern musst. Ich nehme deinen rechten IV nicht. Ich nehme deinen LV nicht. Ich nehme deinen RF nicht. Ich nehme deinen linken Flügel, bro. Das ist meine finale Entscheidung. Linker Flügel. Es ist still. Es ist still. Es ist still. Wen habe ich getroffen? Oder guck mal, erst mal, ich schwöre bei Gott, das ist krass. Du sagst, ich nehme deinen REV nicht. Mbappé Team of the Year. Nein. Du sagst LV, Alho Veran. Oh, der wäre voll gut. Du sagst LF, es ist Bellingham Tots. Oh mein Gott, nein. Es ist Tots, dann hol it mit, oder? Oh, hol it mit, Eiken. Wie kostet der noch? 1, 2 Millionen? 1,6, 1,7 oder so. Welche Picks ich mal nehmen soll, wenn ich gewinne. Weil ich liess mich auf die Kommentare durch. Ja, bro, ich tue es einfach. Hol it ist weg. Mal gucken. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie ganze Abwehr, ganze Mittelfeld, ganze Sturm nehme. Aber ist halt nicht viel. Komm, warte, ich mache mal so. Linkes Mittelfeld. Linke ZM. Und linke Mittelstürmer. So auf den Dreieck da. Okay. Ja, okay, dann mache ich noch den Rest. Rechte Mittelfeld und rechte ZM. Oh mein Gott. Du hast getroffen, zwei Bronze-Spieler. Mascherano, Eusebio. Und ich habe im Sturm drei Spieler stehen gehabt. Einen Mbappé und zwei Bronze. Du hast Mbappé getroffen. Was ist das? Mbappé, Tots oder Toti? Tots. Mbappé, Tots. Der ist ja genau mal mehr wert. Okay, das ist unangenehm. Lass gerne ab und like da. Ich gebe auf jeden Fall ab. Und damit rest in peace. Mbappé ist weg. Das war's auf jeden Fall mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, dir ist gut gefallen, euch von mir. Ich gebe auf jeden Fall Gas, auf die 50k zu kommen. Deswegen supportet gerne. Ich bin raus. Out rein, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.